Herzlich willkommen zu meiner nächsten Metagame-Analyse. Dieses Mal beschäftige ich mich mit dem Meta von der YCS Prag, die nun morgen stattfinden wird. Also übermorgen eigentlich. Morgen fahren wir halt hin am Freitag. Und ich habe mich mal mit ein paar Decks beschäftigt. Ich habe ein paar Decklisten rausgesucht, die so zeigen, was so breit vertreten sein wird an Decks in Prag. Und da fangen wir direkt an mit dem Deck, was ich selber spielen werde. Und zwar ist es doch nicht Peper, es ist Cosmo. Warum habe ich mich jetzt doch für Cosmo entschieden? Ich finde es momentan das konstanteste Deck. Das ist ganz einfach. Es kann halt ultra schnell OTKs rauskloppen. Es hat ein gutes Grind-Game durch die Cosmo-Town. Und es hat auch einfach so richtig krasse Turns. Also an sich halt dieses Starten mit hinkennen und drei oder vier Sachen setten. Es reicht zum meisten sogar ein Call bis zwei Call, um direkt damit Game zu machen. Das ist halt schon ganz schön übertrieben stark. Was gibt es so im Cosmo für Tests? Also es gibt eigentlich sehr wenig, wie die Decks auseinander dividieren. Zum einen gibt es, ich spiele dann halt Rageki und Darkhole. Ich spiele momentan zum Testen zwei Darkhole. Aus dem einfachen Grund, ich will auch meine eigenen Cosmo-Monster manchmal kaputt machen können. Damit ich dann über die großen Cosmo-Monster dann an Stormen komme, für mehr Schaden oder so weiter. Ja, das sind dann halt so die Überlegungen, die ich nachher habe. Was ich auch noch überlege, vielleicht die Darkholes zu kicken und keine dritte Cosmo-Town zu spielen. Dafür mit drei Upstarts, damit man ein bisschen konstanter an die Tenkennen kommt. Ja, dann im Sideboard. Ich spiele gerade einen Sanktum, eine Sense. Gegen alle möglichen Decks, die Paper heißen. Also alles, was das Extra-Deck zugreifen will. Ich finde auch einmal Sanktum, einmal Sense reicht. Mehr will ich auch gar nicht spielen, weil mir die Engine sonst zu groß wird. Drei Masken, die sind für mich gesetzt. Also an der Karte gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Die ist so stark und wichtig gegen Monarchen. Ein Breakthrough-Skill, kann man immer einmal spielen. So als Test-Karte gegen Fiends als Outdoor zum Beispiel. Drei Twin-Fest, da wo man Second gehen muss. Und drei System-Down fürs Mirror-Match. Drei Max-C gegen das Paper-Match-Up gegen Burning Abyss. Und gegen Cosmo-Morror-Matches. Ja, und gegen Mermel kann man die auch sogar bohren. Also gegen eigentlich alles. Gut, das zuerst mal zu Cosmo. Was gibt es denn noch vier Karten, die man spielen kann? Cyber-Drachen, alles mögliche. Darum halt diese ganze Combo mit Chimera-Tech-Fortress-Dragon und so weiter. Da bin ich auch noch am überlegen, ob ich das spielen möchte oder nicht. Ich überlege schon den Cyber-Drachen 3 zu spielen. Weil ich den halt einfach jederzeit normal beschwören kann. Und der auch ein guter Beat-Stick ist. Und ich mit ihm auch halt zu Cyber-Drachen-Nova-Infinity-Kombo bauen kann. Da leise ich aber nicht ganz genau, wie ich das mache oder nicht. Ja, das auf jeden Fall zu Cosmo. Machen wir weiter mit Paper. Ich habe ja meine alte Paper-Liste. Aber Paper ist halt so entdeckt, das dividiert so krass auseinander. Da gibt es so viele Test-Karten. Was tatsächlich jetzt gerade ein neuer Trend ist oder was ich viel vermehrt gesehen habe, ist halt diese Sache rund um Master-K-Beatle. Master-K-Beatle bringt halt einfach den Vorteil mit sich, dass man einen krassen Lock gegen Monarchen legen kann. Das Problem ist halt, man verliert gegen Monarchen, wenn man nur Mask of Restriction hat. Weil die dann halt einfach irgendwann einen Twin-Fester ziehen werden oder einen aus den Ressourcen rausgrinden. Und deswegen spiele ich jetzt noch einen Master-K-Beatle. Der hat dann einfach diese Aufgabe zu erfüllen, dass er den Lock komplett macht. Also man aktiviert den Mask, macht den Key-Beatle drauf und dann hat eigentlich der Monarchen-Spieler verloren, weil es darauf ganz, ganz wenige Outs gibt. Das einzige, was der Gegner so wirklich effektiv machen könnte, wäre, dass er halt irgendwie diesen kleinen Monarchen-Spiel, diesen kleinen Erdvassal, der halt Monster zudeckt und dann muss er dazu noch einen Twin-Fester haben. Das heißt, er muss drei Ressourcen verschwenden, um an der Maske vorbeizukommen. Und mit drei Karten, die der Gegner dann meistens so übrig hat, kommt er nicht ins Spiel. Das ist so die Theorie dahinter. Ja, was gibt's denn noch für Out-Streamer? Man kann zweimal die Field-Spiel benutzen, um irgendeinen Monarch als Normalbeschwörung zu beschwören und dann halt über den Key-Beatle zu rennen. Aber bis er da zweimal die Dominion hat, ist es meistens auch zu spät. Gut, machen wir weiter. Und da habe ich hier ein paar Tech-Karten vorbereitet. Also hier sind ein paar Tech-Karten. Das sind so alle Tech-Karten, die man momentan im Kosmos sieht. Oder was man halt alles spielen kann. Also es gibt, und da fange ich direkt mal jetzt mit der Liste an. Es gibt halt Leute, die spielen noch mit Magicians. Äh, mit Magicians, mit Wisdom Eye und mit Dragon Pit, Dragon Pulse. Kann man machen. Ähm, ist halt dann ganz geil, weil man damit Scales hat, die die nervigen Sachen vom Gegner schießen können. Wie zum Beispiel Feeds oder die Field-Spell. Ähm, hat aber auch den Nachteil, dass die Magicians einzeln bricken können. Und die Magicians funktionieren nicht mit Performables in der Scale. Nur der Wisdom Eye funktioniert mit Performables. Das ist so das Problem. Ähm, die Ignites, das habe ich jetzt in manchen Decklisten gesehen, dass die Ignites spielen mit der Rose-Kriegerin der Rache als Level-4-Tuner. Keine Ahnung, warum das gut ist, aber ich habe es halt gesehen. Vielleicht auch wegen Rota und so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann es euch nicht genau sagen. Dann Mechanischer Hund und Apex Avian wird wieder gespielt teilweise. Kombination natürlich mit Magicians. Ist dann die langsame Variante. Vanity's Fiend für das Mirror Match als Sideboard-Karte. Dann Thunder Dragon. Da gab es schon mal ein Video von Dithium dazu. Den benutzt man halt einfach als Abwurfmaterial oder für Pleiades. Dann die Chronominal Engine mit Disk, Skull und Jet. Also meiner Meinung nach nicht gut. Ist halt einfach... Es sind halt einfach alles keine Karten, die dir helfen, ins Spiel zu kommen. Das sind alles nur so Karten, die dann halt so dein Feld etablieren besser. Wenn du schon ein Setup hast. Und das mag ich halt nicht an den Karten. Dave spielt jetzt gerade wieder Kyko, hab ich gehört. Oder wollte Kyko spielen. Keine Ahnung, was denn damit ist. Ja, Kyko ist auch eine coole Karte. Der ist gut gegen Monarchen, weil er dann nicht mehr seine Trap aus dem Free-to-Free-Cycle kann. Und er kann nicht mehr den 2-8er von seiner Hand im gegnerischen Zug holen. Das heißt, er muss, um wirklich aktiv was in eurem Zug zu machen, die Trap haben. Die Monarchen-Trap. Und das ist halt schon ganz schön eklig für ihn. Dazu dann noch Skull-Meister. Skull-Meister ist ganz gut im Cosmo-Mirror-Match. Das Problem ist halt einfach nur, da ist noch nicht ganz gerult, ob der nur im Damage-Step funktioniert oder nicht. Das heißt, es wird sich dann erst in Prag entscheiden, ob der wirklich gut ist oder nicht. Aber man kann eben auch ein Pepe spielen. Das ist ein Level-4-Monster. Ja, und der negiert halt auch alles mögliche aus dem Friedhof, was das nervt. Also der negiert zum Beispiel die Monarchen-Trap. Der negiert die Monarchen-Falle. Der negiert alle möglichen Cosmo-Monster. Also es gibt schon einige Ziele für den. Ja, Feuer und Eishand. Das ist ein guter Out gegen Monarchen, weil die eben nicht so die Möglichkeiten haben, die wegzumachen. Jigabyte wird in einigen Varianten gespielt. Die Hell-Princess wird gespielt wegen Rota. Dann hat man halt mit Rota als Ziel Armageddon-Ritter und sie. Und mit und sie kann man halt auch zum Beispiel über den Pendulum-Rizard bekommen. Das ist halt auch eine ganz coole Combo-Karte dadurch. Z-Blocker ist auch gern gesehen in Sideboards. Dann der Rescue-Hamster. Auch eine sehr geile Karte. Meiner Meinung nach. Aber leider noch ein bisschen zu... Er hat noch zu wenig geile Ziele, weswegen es lohnt ihn zu spielen. Rescue-Rabbit wird öfters gespielt. Ich bin aber auch kein Fan von der Karte, aber viele finden die halt gut oder spielen die. Ich hab da halt das Problem, dass meistens das Rescue-Rabbit nicht mehr so ist wie früher früher. Oder früher hat man halt versucht, zwei Level 4-Monster aus dem Feld zu bekommen, um irgendwelche Logs zu brechen. Das Problem ist halt einfach, dass der Rescue-Rabbit euch nicht hilft, diese Logs zu brechen mehr. Es ist halt einfach das Problem da. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Monarchen-Fields-Band liegt, dann kommt ihr auch mit dem Rescue-Rabbit nicht ins Game. Weil ihr immer noch nichts aus dem Extra-Deck spielen könnt. Ihr habt zwar damit zwei Monster mehr, aber ihr könnt halt nach wie vor nichts aus dem Extra-Deck holen. Des Weiteren gefällt mir auch nicht, weil der euch Ziele aus dem Deck rausnimmt für eure Clash-of-Dreck-Revivals. Auch nicht so geil. Ja, dann der Friend-Donkey. Ups, hab ich irgendwas rausgenommen. Ähm, warte, das kann ich gleich wieder ändern. Der Friend-Donkey. Ja, der wird halt auch gespielt mit Melia-Combo, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und vor allen Dingen halt auch, weil er ein Performable ist, man kann ein Pendulum-Wizard-Triggern. Dasselbe wie Summoner-Monk im Endeffekt. So. Ghost-Ogre. Mit Miral-Match immer noch ganz gut. Aber sieht man eigentlich auch nicht mehr so oft. Ach, da hab ich wieder die Karte rausgeklickt. Ich bin gerade nicht so fett. Ähm, wo hab ich denn jetzt Test-Karten? Ja, dann geht's weiter mit Performable-Turn-Toad. Ist halt auch ein Out gegen die Monarchen-Logs oder gegen Fiend-Karten. Speed-Logs. Eine gute Karte kann man spielen, muss man nicht. Bulb. Und da komme ich jetzt auf die ganz große Combo-Engineys, da gibt's. Also man kann halt, wenn man nicht mit König-Daffel, Kobold und Palomoro spielen möchte, auch mit der Melia, der Tree-Spirit spielen. Die kann halt im Endeffekt dasselbe wie der Laval-Chain, dass ihr euch eine Karte in Friedhof legt, bloß dass es auf Pflanzen beschränkt ist. Und des Weiteren ist ein Level-3-Erdemonstern und muss mit Erde geholt werden. Das sind halt schon einige Einschränkungen. Das Gute ist Lizard-Draws Erde. Das heißt, man kann theoretisch mit zwei Lizard-Draws sie rufen. Geht auch eigentlich ganz gut. Und dann gibt's halt auch noch diesen hier Friend-Donkey, der das auch noch mal ein bisschen erleichtert. Aber meiner Meinung nach ist die Engine viel zu Brick-lastig. Das Problem ist halt auch, was ich auch schon öfters hatte, dass ich die Bulb mit dem Drawer, also ich hol sie raus, zieh dann die Bulb nach, weil ich noch irgendeinen Drawer bekomme. Also meistens, man hat zum Beispiel, man weiß, man will auf die Combo gehen, man will jetzt noch mit Lizard-Draw eine Karte ziehen, damit man halt in einen Außen-Extra-Dex pendeln kann, um nochmal ein Plus-Eins zu machen. Und dann zieht man einfach die Bulb nach, dass es halt so schlimm ist, was passieren kann. Und das gefällt mir gar nicht irgendwie. Dann Draw & Knockbirds auch noch eine gute Karte, wegen Monarchen oder allen möglichen Decks, die suchen. Auch im Mirror-Magic ganz gut eigentlich. Und genauso die Mistaken Arrestor, also je nachdem, wie man spielen mag. Magweiler ist auch immer noch gut, ist halt nicht gut gegen Cosmo, gegen alles andere ist auch okay. Gegen Burning-App ist auch nicht gut. Dann diese Combo um die Rank-Up-Magic und den Force-Trix. Da gibt es halt auch die Möglichkeit, dass man auf Infinity gehen kann, indem man diese Rank-Up-Magic hier besucht. Die muss man aber leider ziehen. Und der Force-Trix ist eigentlich auch eine ganz coole Karte, der braucht halt nur zwei Random-Level-4-Monster. Und der kann halt auch noch einen Sephiroth suchen. Also es ist eine ganz coole Engine, aber man muss die Karte halt leider ziehen. Und deswegen ist die Engine momentan meiner Meinung nach noch nicht so tragbar. Ja, Pendulum-Call finde ich auch in Mirror-Mitch eine sehr wichtige Karte eigentlich, weil die Rare-Ring-Eisum spielt. Aber da ich Pepe momentan sowieso nicht so stark finde, finde ich die Karte halt auch dementsprechend nicht so super. Gut, dann geht es weiter. Performable-Recasting. Das ist so eine Draw-Karte. Ihr könnt so viele Performables wie ihr wollt reinmischen und dann so lange ziehen, bis ihr genauso viele Karten habt wie vorher. Plus eins, weil sie ja wegfällt. Das fällt mit dieselben Schublade rein wie die Ignite-Reload. Also auch so Draw-Karten, Draw-Engine, wenn man mehr als Upstart spielen möchte. Haben halt beide ihre Vor- und Nachteile. Bei Ignite-Reload kann man halt alle Pendel-Karten reinmischen. Bei der Recasting halt nur Performables. Dafür kann man danach auch immer noch ziehen mit anderen Karten-Effekten. Bei ihr kann man halt den Rest des Zuges keine Karten ziehen. Muss man halt dann, falls man die Karten spielen will, selber wissen. Und ich würd beide jeweils nur einmal spielen, weil das halt Wons-Pattern-Effekte sind. Man will halt nie mit zwei davon starten. Ja, dann Terraforming. Da gibt's halt die Möglichkeit auch mit Chicken-Games zu spielen, das Deck auszudünnen. Und dann spielt man noch mit Secret Relish auf Spellcaster. Um halt noch so ein Endziel zu haben für die Terraforming. Ist eigentlich auch ganz cool, wenn man nicht so hart auf Lock spielen, wenn man mit Natur-Reby ist. Aber irgendwie trotzdem noch gegen Monarchen diesen Spell-Dock legen möchte. Dann aufsteigendes Pendulum. Oder Rising. Pendulum Rising. Da war jetzt auch ein Structure-Deck drin von dem Synchro, also das Magician-Structure-Deck. Da war das mit drin. Die macht aus einem Nicht-Pendulum-Monster ein Pendulum-Monster im Endeffekt. Also ihr opfert ein Nicht-Pendulum-Monster und macht daraus ein Pendulum-Monster. Das ist ganz cool. Gerade mit dem Wizard. Aber da halt auch wieder das Problem, dass ihr für die selber keine Pendulum-Monster opfern dürft. Das macht die unglaublich Draw-up-hängig. Und deswegen will man die eigentlich auch nicht spielen. Forbidden Chalice. Forbidden Chalice. Ja, das ist am besten, finde ich, momentan noch ein Mermaid. Kann man aber auch hier spielen, um Karten Miraflesia zu umgehen. Die Mistaken Charge ist das halt auch die Sache. Die wird auch gerne zum Beispiel im Kosmos-Spiel gegen Monarchen. Das Problem halt ja ist momentan halt, dass es da noch kein endgültiges Ruling gibt. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Dante aus dem Friedhof wieder ins Extra-Deck genommen wird. Oder wenn ich eine Karte aus dem Friedhof, die angeziert war, wieder reinmische. Oder sind die im Friedhof auch überhaupt noch als Karten giltig. Also das ist alles noch nicht so ganz geklärt. Das klärt sich dann erst in Prag leider auf. Dann die ganze Trap-Hole-Sachen, die es da gibt. Da gibt es ja vier verschiedene. Und PTH-BTH ist meiner Meinung nach gesetzt, wenn man Rathlesia spielt. Die anderen vier Trap-Holes sind so, je nachdem, Entscheidungssache, Geschmackssache. DTV ist super gegen Mermel und dem Mirror-Match. Gibt es auch nicht mehr dazu zu sagen. Und zum Schluss noch eine Sache, auf die mich Umut aufmerksam gemacht hat, was jetzt auch wieder einige überlegen zu zechen. Das ist der Mystical Rev Panel. Und zwar wollen den viele im Kosmos spielen oder Monarchen-Mirror-Match. Und dasselbe gilt auch zum Beispiel für Retour-Kutsche im Monarchen-Mirror-Match. Der kann halt folgendes. Wenn euer Gegner... Ihr könnt den Effekt gerade lesen. Und was blockiert er? Der blockiert die Monarchen-Draw-Karte. Ist an sich ganz cool. Aber so wie ich gehört habe, gab es wohl auch vor kurzem noch die falsche Judge-Erklärung, dass der wohl auch die Sturmkraft und die Draw-Karte, die Tentacity oder keine Ahnung wie die heißt, dass er die auch mit benutzen kann vom Gegner. Da war dann halt nur die Idee von Kosmos spielen, dass man halt die dreimal an Bord spielt, zwei Sturmkräfte. Ja, und dann hat man halt erstmal gegen Kosmos was Schönes, weil man kann halt die Sturmkraft vom Gegner negieren. Man kann die Search-Karte übernehmen, mit der man halt selber noch ein Ziel hat. Und man kann halt, wenn er das D-Draw-Aktive anstattet, er selber zwei ziehen. An sich eine coole Karte. Wie gesagt, das kommt auch noch in Prag drauf an, auf Swooling wieder genau das ist. Aber soweit ich weiß und soweit auf dem aktuellen Stand, wo ich bin, darf man bei Sturmkraft die gar nicht benutzen. Bei der Suchkarte ist es wohl auch so, dass man die nicht benutzen darf. Bei Pot of Duellity geht es wohl. Aber bei ihr wohl nicht. Ich bin aber auch noch nicht ganz sicher. Ich muss ja auch morgen erstmal noch einen Judge fragen. Ja, und zu guter Letzt bei der Draw-Karte geht es. Also wenn man halt unbedingt die Draw-Karte des Gegners negieren will, kann man die hier spielen. Ist auch in sich eine ganz coole Karte in dem Moment. Aber man will die halt auch nie nachziehen. Man will die halt immer direkt zum Start haben. Ja, dann an Extra-Deck-Tachs. Trichula in diesen ganzen Ballpilz oder mit Palomoro, dass man halt noch ein sinnvolles Exit hat. Crimson-Blade wurde gespielt gegen Monarchen, bis man gemerkt hat, dass die Trap im Friedhof nicht als Monster zieht, deswegen der Crimson-Blade-Effekt nicht kommt. Omega, damit man Firstfell was mit dem maskierten Chameleon machen kann. Liberian, das ist rumgegeistert, weil bald den Effekt ja hat, dass man sie zweimal holen kann. Und wenn man sie halt zieht, kann man halt erst mit ihr einen Liberian bauen und danach halt in der Turia Beast, damit man noch mal eine Karte ziehen kann. Gut, ähm, Felgrin, ja, ist auch so eine Geschmackssache. Infinity muss ich nicht viel zu sagen. Nova muss ich nicht viel zu sagen. Ragnar Zero konnte man spielen, wo man Platz hat, aber finde ich auch nicht so stark momentan mehr. Ist halt gegen Burning Abyss ganz cool. Genauso Nightmare ist auch so ein bisschen rausrotiert, braucht man eigentlich auch nicht mehr so zum Pin legen. Und zu den Restländern hab ich ja alles was gesagt. Gut, dann machen wir weiter. Ich trinke noch einen kurzen kleinen Schluck. Und hier seht ihr ja schon mal Burning Abyss. Ja, was hat sich bei Burning Abyss geändert? Wir haben jetzt ein neues Monster. Und zwar haben wir den Phoenix Rhino Warrior. Also das ist auch jetzt keine aktuelle Decke. Ich hab einfach mal meine so ein bisschen aktualisiert, was man so testen könnte. Das Decke hat halt wie gesagt komplett ungetestet. Ähm, ihr... Man hat jetzt halt einfach nur neu, dass dieser Rhino Warrior da ist für mehr Konstanz, weil ja jetzt die zwei Grafen, die eine Sir weg sind. Das ist noch ein ganz guter Ersatz. Was macht den so cool? Zur einen Seite, dass er natürlich, ähm, mit euch im Endeffekt jetzt vier Grafs, dass ihr jetzt viermal Grafs nutzen könnt. Zum anderen, dass der auch ganz geil ist mit Vanity's Fiend, weil er legt halt ihn und daneben in Vanity's Fiend. Und dann muss euer Gegner erstmal an den Rhino Warrior vorbeikommen, bevor er an dem Vanity's Fiend vorbeikommt, weil der ihn dann nochmal protectet. Er hat dazu, ähm, immer wieder gern gesehen, Horn of Heaven wird auch momentan teilweise in Pepe getecht. Auch eine sehr interessante Karte. Ähm, weil die, weil die besser ist als, als Strike gegen Monarchen. Monarchen können ja, wenn die klug sind, können die ja die Such... äh, die Suchkarte aktivieren und bauen dann halt bei den Monarchen-Beschwörungen ihre Chainlings richtig. Dann ist die nämlich immer, dann ist der Monarchen-Search-Effekt nämlich immer Chainlink 1, und dann Chainlink 2 ist dann die Suchkarte. Das heißt, dass die, dass ihr niemals Strike aktivieren könnt auf die großen Monarchen. Deswegen spielen jetzt lieber manche Leute Horn of Heaven für Ariadne-Decks, weil er dann halt einfach die Strikes, glaube ich, rausbordet. Oder ihr spielt dann halt, glaube ich, mit 5 Counter-Traps, 2 Strikes, 1 Warning und 2 Hörner. Und dann habt ihr halt immer, wenn ihr Ariadne habt, entweder gegen Monarchen-Spieler könnt ihr halt die 2 Hörner und das Warning vorzeigen, oder gegen Kosmos-Spieler die 2 Strikes und das Warning, und dann habt ihr halt immer was Gutes gegen das jeweilige Deck, um es halt einfach möglichst schnell zu besiegen. Oder halt um einen möglichst starken Ariadne-Log aufs Feld zu legen. Ja, ähm, sonst gibt's eigentlich nix zum Deck zu sagen. Zwins ist das Deck natürlich auch nochmal gepusht. Ist ein sehr cooler MST. Und was kann man noch so spielen da drin? Achja, es gibt noch diesen einen neuen hier, Super Quantum, der jetzt Alucard ersetzt hat, weil der ein bisschen besser ist. Der kann halt auf eine unverdeckte Zauber-Fallen schießen, der hat 2 Hörner, der ist halt um einiges besser als Alucard. Gut, das auf jeden Fall dann erstmal soweit zu Burning Avis. So, für die restlichen Decks, für Monarchen, und für, ähm, was haben wir noch? Mermel, müsste ich nochmal hier ins Family Force Forum gucken. Da möchte ich zum einen nochmal kurz ne Mermel-Beispiel-Deckles zeigen. Mit dem Deck hab ich mich halt nicht beschäftigt. Aber ich hab schon gesagt, einige haben sich damit beschäftigt, einige wollen das auch spielen. Ich persönlich find Mermel nicht so stark. Ich hab halt einfach irgendwie das Gefühl, dass das nicht über 10 Runden konstant genug ist, dass man immer den Prince hat. Ich find das halt zu schwierig, den wirklich auf Dauer zu haben. Und vor allen Dingen ist das Deck so instabiliert, wenn es auf den Prince irgendwas bekommt, ein Warning oder so. Gefällt mir halt alles nicht so ganz. Aber Mermel ist halt ein sehr aggressives Deck momentan. Hier ist eine Beispiel-Deckliste vom Alex, der da mit Halle getoppt hat. Ist dann aber leider auch Top 8 direkt rausgeflogen. Ja, was sieht man? Man spielt halt möglichst viele Karten, um auf den Prince zu kommen. Man hat halt 3 Upstats drin für Deck-Speed. Man hat die 1-for-1 drin, die 3 Prinzen selber. Und dann kann man auch über Undine-Combo mit Savage, äh, mit Surface auftauchen. Kann man den Prince auch direkt first turn aufs Feld bringen. Also, es dreht sich halt alles eigentlich nur noch darum, den Prince zu machen und mit dem Prince den Effekt dann so viel Plus zu machen, dass man halt gegen den OTK'n kann. Achja, und Diva kann natürlich auch noch den Prince suchen. Ja, die Spinnen, was kann man gegen Mermel machen? Einfach first turn Dreader bauen und der Gegner kann eigentlich direkt aufgeben, wenn er keinen Chalice hat. Jo, gut, dann das auf jeden Fall erstmal zu Mermel. Dann gibt's noch zum Schluss zu sagen, ähm, Monarchen. Da gibt's auch ganz viele unterschiedliche Varianten. Ähm, Monarchen, das, das neue, sagen wir mal, ist meiner Meinung nach das neue Helmdeck. Es ist halt echt, es erinnert mich echt stark an Spellbook und seiner Spielweise. Wenn man halt alles hat, also so Secrets, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Karten hießen. Ähm, Secrets, dann, dann Masters und dann, und dann Fade, wollt immer so die Sternen aus Combo. Hier ist es halt Drawkarte, Normals sammeln klein, Tribut sammeln für einen großen, klauen Gegner in der Handkarte und search mit der Suchkarte, ähm, search mit der Drawkarte. Und dann mache ich, und dann recycle ich und dann geht das immer wieder von vorne los. Also, Schmidt-Monarchen halt an sich nicht ein flexibles Deck, ist aber momentan wohl das stärkste Deck. An sich, das Problem ist halt einfach diese Brick-Anfälligkeit, dass man halt einfach, wenn man mal kein Tribut-Monster zieht, oder wenn man mal kein Tribut-Futter zieht, oder wenn man mal nicht die Spells hat, dass man dann halt einfach verliert. Was da auch hier gerade zu sehen ist, eine gute Tech-Karte ist gerade LADD. Keine Ahnung, warum der so super stark ist. Ich denke mal, der wird für's Mirror Match ganz interessant sein, wenn man, dass man Gegner einfach ins Spiel kommen lässt. Gut, ähm, das auf jeden Fall dann erstmal zu Monarchen. Da gibt's aber auch noch ein paar andere Varianten. Ähm, wie gesagt, es gibt halt auch noch die Super-Quantum-Variante. Und dann möchte ich noch eine Variante erwähnen vom Sieging, aber die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil er die mir nicht gegeben hat. Und zwar gibt's die Super-Quantum-Variante mit Extra Deck. Da hat man dann halt die Möglichkeit auch ohne Extra Deck mit Monarchen was zu reißen. Die Version ist auf jeden Fall für's Mirror Match besser, weil man halt einfach Omega legt und der Omega ist halt ein richtiger Ressourcen-Killer, weil der halt euch einfach immer wieder diese Drawkarte in Friedhof zurückbringt, die euch eigentlich jede Runde im Plus machen lässt. Und man spielt einen Sieging-Spiel dann halt mit den Super-Quantums, spielt mit Telepottern, spielt mit Ghost-Oga und Snow-Rabbit, um dann halt mit der Monarchen-Trap und der Ghost-Oga auf Level 8 gehen zu können. Was natürlich auch noch super ist, man kann mit dem Red-Layer und mit dem, mit dem Fallmonster von den Monarchen auch natürlich auf Fünfer-Exceeds gehen. Und die machen auch ganz schön viel Action-Mirror Match. Die machen so Sachen wie Vulcasaurus im Time-Out, um dann halt für Game zu gehen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Wie gesagt, da werden wir vielleicht auch noch ein paar Decklisten nach Park sehen. Was mir da auch noch einfällt, wovon ich Sieging jetzt letztens noch überzeugt habe, dass man mit Dings spielen kann oder Theorie mit, wie heißen die gut, mit Clifford-Monster. Und zwar mit der Helix und dem Fallen in dem Carrier. Der Carrier ist halt eine richtig ekelische Karte im Monarchen-Mirror-Match. Man spielt den. Es klingt zwar jetzt ein bisschen doof, weil er opfert damit ja seine Normals sammeln, aber man hat halt einfach einen 1-8er Beat-Stick, der Druck macht auf den Gegner. Das Problem ist halt, euer Gegner will ja immer mit Sturmkraft meistens euer Feld loswerden. Und wenn er euch eine Sturmkraft gibt, dann triggert halt auch die Carrier. Und durch den Carrier-Trigger könnt ihr dann direkt den Gegner wieder seine Karte rausnehmen. Das ist halt schon ganz schön ekelhaft auf Dauer. Und das ist auch sehr nervig, also das kann man auch spielen. Aber ich weiß nicht, ob Sieging sich dafür nun entschieden hat, das zu machen oder nicht. Wir werden es sehen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch auf das allerkrebsigste Deck von allen eingehen. Monarch FTK. Ist auch in Halle 1 rumgerannt. Das ist meiner Meinung nach nicht gut. Gewinnt hat auch, glaube ich, keine YCS. Das Deck ist einfach zu unkonstant. Also es ist genau dasselbe wie mit Chicken Game FTK. Das ist ja in Remini ein paar Mal rumgerannt. Die werden halt jetzt alle im Vorhinein so ein bisschen vorgehoben. Im Endeffekt soll es nichts reißen, weil es ist halt einfach elf Runden mit einem FTK-Deck, wo man dann auch immer noch am besten anfangen muss. Und das ist halt einfach zu krass. Also das schafft das Deck eigentlich meistens nicht. Und die Kombo ist halt auch nicht so konstant. Man muss halt die Traps auch meistens eine Runde gesettet lassen. Und wenn der Gegner dann angefangen hat, dann ist es halt echt schwierig, dass er nicht doch schon die Traps irgendwie euch wegschießen kann in eurer Endphase. Deswegen meiner Meinung nach, also wenn er, wie gesagt, das sage ich ja immer zu FTK-Decks, wenn er die spielen wollt, dann spielt gegen Deathboard oder so, aber geht damit auf Turniere und nervt damit irgendwelche Leute. Gut, das auf jeden Fall dazu. Ich denke auch mal, was man noch sagen kann zum Monarch FTK. Das Deck wird auf jeden Fall nochmal gepusht. Wir kriegen ja im nächsten Set noch die Karte des Untergangs, und die wird das Deck ganz schön krass, also konstanter machen. Ich würde sogar zutrauen mit der Card of the Maist, dass das Deck dann wirklich ein konstantes FTK-Deck wird. Also ein richtig hart konstantes FTK-Deck. Aber so weit sind wir ja zum Glück noch nicht. Das auf jeden Fall, nachdem ich jetzt hier im Mund und Fuß sich geredet habe, meine Metagame-Analyse zu Prag. Wie gesagt, ich erwarte halt diese fünf Decks. Monarchen, Cosmo, Paper, Burning Abyss und ein wenig Mermel. Also ich würde halt echt sagen, ich tendiere bei den Tops momentan. Also wenn es nach mir geht, persönlich ist Cosmo das beste Deck. Deswegen rechne ich mit 40 bis 50 Prozent Cosmo. Dann so mit 30 bis 40 Prozent Monarchen in den Tops. Paper wären ein paar Toppen. Mermel und halt Burning Abyss werden sich auch in so ein paar Reihen resellen. Kann natürlich auch alles anders sein in den Top 32. Das ist meine Vermutung, meine Prediction. Ihr seht das Video morgen um 12, wenn wir dann schon ungefähr, wenn wir dann glaube ich gerade sogar in Prag angekommen sind und gerade Mittag essen. Wie gesagt, das ist unsere Vermutung, unsere Predictions. Ach ne, jetzt seht ihr das sogar einen Tag erst später, jetzt seht ihr das erst am Samstag, wenn wir schon Turnier spielen. Damit natürlich nichts irgendwie gespoilert wird von irgendwelchen Leuten. Gut, auf jeden Fall viel Spaß, falls ihr das Video direkt zur YCS guckt und leider nicht selber dort sein konntet. Wenn nicht, und ihr seht es euch danach an, dann könnt ihr ja ein bisschen gucken, wo ich Recht hatte, wo ich Unrecht hatte. Was es doch noch für Techs gab, die ich übersehen habe. Da fällt gerade noch ein, ich habe zum Beispiel gerade nichts gesagt, über Magi Specter im Paper wird auch gerade wieder gespielt. Aber wie gesagt, das sind halt alles so viele Sachen im Paper. Das sind so unendlich viele Engines, das ist echt schwierig, das alles zusammenzufassen. Das auf jeden Fall soweit von mir vor Prag. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ich hoffe mal für mich und auch für alle anderen, die da sind, ganz viel Erfolg. Dass wir da alle möglichst was rocken werden, dass wir da was reißen werden. Und wenn nicht, dann gehen wir halt so auf. Und Prag ist auch okay. Gut, das von mir auf jeden Fall. Damit auf Wiedersehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.